Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Auberginen-Kaviar. Abweichend vom Original-Rezept aus dem ehemals osmanischen Kulturkreis, ist dieses Auberginen-Kaviar eine griechische Version. Es kann als eigenständige Vorspeise oder auch als Soße bzw. Dip genossen werden. Für eine Portion werden folgende Zutaten benötigt. Zwei Auberginen, zwei Schalotten, eins bis zwei Knoblauchzehen, abgezogene Tomate, 0,1 Liter natives Olivenöl, ein Esslöffel Weißweinessig, frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer, Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle. Folgende Utensilien werden benötigt. Messer, Schneidebrett, Topf, beschichtete Pfanne oder Pfanne, Schüssel, Küchenpapier, Schneebesen, Sieb, Feinsieb, Frischhaltefolie. Zubereitung Die Auberginen halbieren das Fruchtfleisch aus der Schale, kratzen und in kleine Würfel schneiden. Die Tomate schälen und in kleine Würfel schneiden. Den Knoblauch pellen und zerreiben. Die geschälten Schalotten pellen und fein wiegen. Alles Gemüse gut vermengen und mit Salz, Pfeffer abschmecken. Anmerkung Auberginen-Kaviar lässt sehr gut sich auf Vorrat zubereiten. In Schraubgläser gefüllt, mit einem Ölfilm bedeckt, hält sie sich im Kühlschrank gut eine Woche. Bei 90 Grad Celsius 30 Minuten im Ofen sterilisiert, hält sich der Kaviar wie eine Konserve. Als Beilagen eignen sich Bargett, Ciabatta, Pide, Bauernbrot, Weißbrot, Semmel oder Toastbrot. Besonders lecker als Beilage zu Grillgerichte Diese Varianten gibt es Statt Weißweinessig Zitronensaft verwenden. Zusätzlich eine fein gewiegte Chilischote mit oder ohne Samen unter die Creme rühren. Auberginen-Kaviar aus dem Ofen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!